Die neue Folge der Warhammer-Serie wurde angekündigt und ja, es können sich alle Leute freuen, die großer Fan vom Astra Militarum sind, denn ja, bei dieser Serie haben ja alle drei Folgen bestimmte Themen. In der ersten Folge hatten wir die Necrons und Space Marines, in der zweiten Folge hatten wir Sisters of Silence und ja, Female Custodes und in der dritten Folge, wir sehen hier schon, wer uns anlächelt, ja, wird es sehr viel um Astra Militarum und Orcs gehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer jetzt mal gemeinsam an und gucken mal, was uns erwartet. Let's go! Ich mache ja schön laut. We all have our sins. Oh. And our burdens. Boah. Stellt euch mal so einen Kurzfilm mit Deathcore of Krieg vor. Das wäre auch schon ziemlich wild. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier direkt am Anfang, wir gehen das Ganze mal so ein bisschen durch. So ein bisschen, wie hieß denn dieser Film, dieser Flugfilm, wo jetzt auch ein neuer von kam. Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall so ein bisschen Flug-Action hier. Dahinter ist ein Duckerjet. Sehr, 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 sehr schick. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt sehen wir auch nochmal schön, dass Astra Militarum in Action. Ja. Die müssen wohl einen Angriff von Orcs, äh, abwehren. Ja, ultra, ultra schick gemacht das Ganze. Bullets heißt die Folge. Und ja, wir sehen hier ein bisschen Luftkampf-Action, ne. Hier hinter ist ein, ja, einer von diesen Orc-Dingern. Genau das Ding habe ich auch hinter mir stehen. Aber frag mich gerade nicht, welche Version das davon ist. Ich glaube, es ist der Duckerjet. Ja, haben wir hier einen Kommissar. Schön mit einer Narbe, wie sich das gehört. Die haben wir auch schon sehr viel erlebt. Und ja, dann sehen wir hier wahrscheinlich den Ansturm der Orcs auf diese Befestigung des Imperiums. Ein paar Grabenkämpfe. Wir sehen ja, dass hier alles anständig befestigt ist. Und ich muss sagen, ich brauche nicht immer Space Marines bei solchen Sachen oder Custodes. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ja, so 20 Minuten Astra Militarum-Action, der, der kleine Mann in Anführungszeichen im Moorheimer-Universum, der halt einfach hier im Planeten verteidigt, ähm, und sicherstellt. Vor allem gegen Orcs. Ihr wisst ja, Orcs, absolute Lieblingsfraktion. Ne, sehr offensichtlich. Stell ich mir cool vor. Gerade auch mit so Luftkämpfen und so. Also, ich muss sagen, das könnte hier sogar, wenn das gut umgesetzt ist, die beste der drei Folgen werden. Die erste fand ich nicht so cool. Die zweite fand ich cool, weil man Custodes gesehen hat. Und vor allem, ihr wisst es, Sisters of Silence liebe ich sehr. Und, ja, wenn das hier gut wird, könnte das allerdings, äh, die beste Folge davon werden. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, für meinen Geschmack auf jeden Fall. Das sieht hier schon alles sehr, sehr, sehr stark aus. Und je mehr ich davon sehe, desto dringender habe ich das Bedürfnis für einen erstens Spielfilm. Gerne auch animiert, eineinhalb Stunden, wäre ich voll dabei. So eine Schlacht, eineinhalb Stunden. So ein bisschen, so missionsmäßig, keine Ahnung, äh, 1916 oder wie der Film hieß, der übertrieben gut war. So in dem Stil. Wäre doch cool, oder? Ja, die Orks, weiß ich noch nicht so richtig, was ich von dem Design halten soll. Klar, sehen halt aus wie die Orks. Aber die gefallen mir auf manchen Artworks dann doch schon ein bisschen mehr. Aber gut, sehen halt aus wie die, wie die Tabletop-Figuren, ne. Macht, macht natürlich auch Sinn. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr, sehr schicke Folge. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Infos dazu. Äh, nochmal mit ein paar wunderschönen Screenshots auch da raus. Und ich würde sagen, ah, ja, es war ein Darker Jet. Habe ich es doch richtig erkannt. Und, äh, ah, Thunderballs und nicht, äh, Thunderbirds. Ja, sieht gut aus. Kommt natürlich auf Warhammer TV. Und ich muss sagen, das Konzept der Serie bis jetzt mit diesen drei komplett unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Szenarien. Es ist cool. Es bringt Einblicke in die Welt von Warhammer. Schade ist halt einfach, dass es auch Warhammer Plus ist. Ich habe da bereits ein Video drüber gemacht. Es kann sich lohnen. So, wenn man die ganzen Serien so am Stück sich mal reinziehen will. Dann kann es sich schon lohnen. Aber ansonsten, ja, es wäre halt irgendwie cooler gewesen, wäre das auf Netflix oder auf, ähm, Amazon. Oder vielleicht sogar auch einfach kostenlos auf YouTube. Gerade kostenlos auf YouTube, jetzt wo Space Marine 2 rausgekommen ist. Ähm, die hätten so viel an Reichweite dadurch gewinnen können. Ich gehe sogar mal davon aus, dass da teilweise die Videos auch Millionen Aufrufe knacken würden. Ähm, ja, da erreicht man natürlich deutlich mehr Leute, um sie auch ins Hobby zu holen. Äh, ich weiß nicht, wer da im Marketing sitzt. Die werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Aber naja, wie auch immer. Schönes Ding. Ich habe Bock. Nächste Woche kommt dazu dann wahrscheinlich was. Vielleicht entdecken wir da wieder irgendwas Lore-mäßiges. Und ja, ich wünsche euch noch einen spannenden Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.